Ja, im Chat sein Makro zum retten, Alter. Diese Gedichte der Neuzeit sind einfach nicht meins. Ich gewinne jetzt. Ja, vor allem, wenn ich den Fight jetzt auch gewinne, dann habe ich einfach im Grunde einen 4 gegen einen zugeivern. Weil ich vorher ja auch noch am Stil war. Alter, Champion! Alter, hab das so gesehen? Geht gar nicht. So ist das Quatsch. Du machst irgendwas. Weil du schummelst. Ja, du machst ja irgendwas. Ich bin einfach gut, ihr Neider, Alter. Es geht aber nicht, wenn du nichts machst. Macht mal den Gönnjamin und gönnt mir einfach. Weil du ist ein Neer geworden. Alter, wer macht da mit so einer Lautentastatur? Ja, Nina macht richtig Klavierübungen. BAM 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 BAM. Ja, natürlich, immer ich, ey. ASMR-Fingernägel. Mach weiter. Private Sprachnachrichten bitte davon. Gerne. Fuck. Bock zu bursten jetzt? Nee, Mann, kein Bock. Haut's weg. Fuck. Zündet eure Fähigkeiten auch mit diesem Herzscheiß. Macht ihr das immer so spannend, ihr Pisser? Kommt schon, drück! Pets! Richtig, drück! Richtig, drück! Richtig, drück! Richtig, drück! Richtig, drück! Jawohl! 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 Ihr Bastarde! Easy! Ihr Bastarde! Alter! Alter! Nochmal vom Drift! Ritt drauf! Ritt drauf! Alter, okay, dann! Ich hoffe, ihr seid in Kenntnis jetzt worden von der neuen Gildensteuer, die Pets betrifft. Video-Kraft! Mach mal ein Analyse-Video bitte! Sehen die auch neu aus wenigstens? Oder? Ja! Echt? Jo! Alter! Wow! Richtig fancy, Junge! Ebenwerfer! Wer ist denn Perkson? Oh! Du bist ja einfach feuchlich in die Sau, Alter! Hast du auch... Ich tauche gerne in die Welt von World of Warcraft ein! Die Lutsch dir in beiden Gildensteuer! Mach mal morgen in der Insta-Story Lutsch dir selber ein, einfach! Unerwartet! Boah nee! Dann krieg ich so die Garnelen über meinen Körper dabei! Verändern sich deine Gliedmarschen so! Krümmst dich zusammen, Christentanzer! Oh! Wie so'n Streu! Und dann kommt der Igel aus, sag! Machst du abends Apex-Stream an, sitzt da so ne Garnelen mit Headset, Alter! Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist! Geil! So, rechts den Fisch machen! Ah! Das war der Fisch gerade! Ja! Das war... Das war... Das war... Das war... Das war Garnelen-Murie! Hidden Boss! 435 Hammer! Endlich! Alter, geil! Get set! Get set! Danke! Oh mein Gott! Sie kommen der Reihe nach hinaus! Hat euch das eigentlich der Bankier auch gesagt, als ihr den Kredit aufgenommen habt? Ja, der hat immer gelacht, wenn wir weggeguckt haben. Das war aber kein gutes Zeichen! Dann hat er seinen Haifisch gestreichelt, der auf seinem Schoß lag. Ihr seid ja noch da! Der hat die Sohn gedreht! Sagst du weg, so... Hahaha! Oh! Was ist denn das bitte? Kacke! Ich hab auf Instagram nen Blog gesehen, wo so runtergeschrieben hat, dass du das gut fallest, wo ich mir dachte, wo soll das denn gut sein? Sir! Ja! Ich hab mehr Follower als du! Wieso? Ich hab was! Tobi muss arbeiten! Ja, aber er muss an seinem Level arbeiten! 395 finde ich heftig! 3,5... Hab ich grad beim Landen Hure gesagt? Wie angenehm Gundrak einfach wirklich ist? Wenn man nicht Tafeln sagen muss! Das stimmt! Das stimmt! Das ist ziemlich dollerbar! Zeig mir einen Beweis dafür! Ich zucht dir gleich die Moments raus! Der hat sie rückwärts angucken, damit es so aussieht, als würde ich die Tafeln für euch hinstellen! Da stelle ich euch extra Tafeln hin und ernst nur Hohn und Spott! Ja! Wenn man immer kalte Sachen isst, die eigentlich warm zu machen sind, ist schlecht! Pilze warm zu machen ist aber auch schlecht! Folglich! Soll ich die warm machen, damit ich eine Lebensmittel vergriffen habe? Nein! Nein! Falsche Schlussfolgerung! Du musst es einfrieren und wie ein Eis lutschen! Vor allem heute, alles First Try ist einfach nur geil! Hört sich geil an, ja! First Try Boys! Nice! Sehr schön! Easy! Sehr sehr schön! Hübsch! Danke euch, dass ich heute mal mitlatschen wollte! Rocktool schließt sich als Charas Herr an, Alter! Der Boss ist tot und das trotzdem roll dir auf der Räder! Ah, meh meh meh! Ich habe einen 435er Ring aus der World Quest heute gezogen! Totolana! Geil! Ja, aber wer hat denn danach gefragt? Ist wie so eine Sushi Bar dann, kennst du das? Ja! Wo die Tellers in den Löwen fahren? Wo die im Kreis dreht, die Sushi Inna? Kennen wir im Osten nicht, Sushi Bar! Teller kennen wir nicht! Dieser Igel da einfach in die Ecke kackt, ist einfach nur schön! Rennen geschissen, Alter! Es gibt Süßwasser, es gibt Süßwasser, Kugelfische, wirklich! Aber die sind schon ein bisschen kleiner! Machst du dann illegale Tierkampf? Alter, mach das doch mal, ich habe es nicht gesehen! Ich habe keine Luminiszenz mehr, kann das andere für mich übernehmen, kurz! Leider hat es keiner mehr! Naja, das ist ja doof! Bist du wirklich der echte Mr. Moor Game? Nein! 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 Nein!